Die Tiefs sind gut, da ist Godreus mit drin, das muss funktionieren. Sonnengott, jetzt, pass auf. Godreus. Oh, zweieinhalb tausend, alter. Gut, komm, wir Godreus machen wir mal hier full house. Die Gewinnrate stimmt nicht, ja, ich merke es. Ich habe ein Eng, ich habe 5000 gewonnen. Godreus ist mit mir. Machen wir nochmal an normalen. Volle Spaßbremse, letzter Gewinn, null, ja, das weiß ich. Jo, das ist gut. War das jetzt nicht gut, zwei Kirschen? Ich brauche drei Kirschen. Das fackt Insel, ach du scheiße, ey. 15 taus gibt es, was auch wir, drehen. Auf geht's. Kriegt eine gute View, jawoll. Jetzt muss ich auch noch, was benutze, es. Das war schon low gedreht, jetzt, ne? Ich will keine RP. Alter, ich hätte bald eine Karre gekriegt. Einsatz ist drin. Fast. Einsatz ist wieder drin, 50.000. Ich hätte fast eine Karre ohne, Alter. Das ist ein geiles Feuer, ne? Warte mal. Safety first. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Nein. Echt, nein. Ja, jeder Excel hat stopped working. Das habe ich so gelesen. So, jetzt haben wir gerade 5.000 Gewinn gemacht. Jetzt gamble mal einfach noch eine Runde. Weil jetzt kriegt man wieder nichts und am nächsten kriegt man wieder was. What the fuck? Ja. Ne? Easy going. 12.500. XT, Jungs. 2,5 Millen. XT. Oh Mann, hey. Ich sehe schon kommen, das wird eine Nacht einfach plus ender, ender, ender. Ha. Das war fucking close für 250.000. Das ist obere Rechte, was in dem Kasten steht. 250.000. Oder war damals in 200 Millionen? In 250.000. Ich glaube, das Maximum sind 5 Millionen. Jetzt lass mich spielen. Okay, ich spiele ja schon. Hallo. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Mann. So, moin. What's up? Ach so, das kostet was da unten. Ja, dann machen wir mal ein Macbeth. Was ist denn Macbeth für eine Scheiße? Das waren doch nur zwei CL? Oder Maximum? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, rohe, geile Katzi. Deswegen bin ich saufen. Was ist denn Macbeth für eine Scheiße? Ach so. Ja, Moment. Äh. Äh. Oh Gott, ich hab voll den Mausback. Ach nee, oder? Das geht nicht. Ich muss eine neue Lobby suchen. Ich muss eine neue Lobby suchen. Das ist jetzt richtig. Das ist jetzt scheiße. So, leid's mir durch. Keine Ahnung, was jetzt da gerade passiert ist. Also, dieser... Wie hat er Dinge zum Markisen? Der... Ich wollte schon sagen Schnaps, aber es ist es ja nicht. 2.0 für GDA. Ach, das wird immer schlimmer, hey. Ach du Scheiße. Eine Radkamera ist Bild down. Oh ja. Alter, was die für Tasten sind, ne? Ich muss jetzt irgendwas scannen, aber ich hab jetzt alle Zahlen hier gedrückt. Das kommt halt echt die 3, Ben. 100 gewonnen. Ich geh. Ich geh. Ich gehe. Was ist denn Ben für ein... Hund? Holy shit, Alter. 7k Charlie, ein Spielequen automatisch. Wenn er 7 kann, sie ohne 21 zu... Warte mal, in der Summe 21. Ja, Ben, danke schön für den Super Chat. Ohne Scheiß, äh... Handherz oder so. Ey, ohne Witz, wenn du dich damit nicht beschäftigst und mit Hangover. Hast du das auch nicht verstanden, weil da geht es so schnell. Da kannst du das gar nicht verstehen. Ach, jetzt setzt das... Okay, er setzt sich um, das ist gut. Oh, lol. Wir machen auf jeden... Machen wir verdoppeln schon, ne? Wo ist denn Tab? Weil der schaut sehr gut aus. Oh! Oh! Huh! 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 Was? Warum hab ich jetzt verloren? Warum hab ich jetzt verloren? Ich hatte doch wenige, aber warum hab ich... Ich muss mal kurz Godreus gambeln. Toast ist grad von da oben runter gekommen. Lass mich kurz Godreus gambeln. Ich muss aber ein Geld hier reinbringen. So, maximale Einsatz und Ende. Ich glaub nämlich, Godreus ist die beste... Ich drück's jetzt nochmal drauf. Oh, ich hab was gewonnen! Goal! Das war dann das 3 zu 0 für GDA, würd ich mal sagen. Ach, Mann, ey! 3 zu 0 für GDA. Ich glaub, da gleich ein Blacks schreien. Das sollte aber hoffentlich klar sein. Jetzt kommt jetzt nochmal die Meldung vom Social Club. Easy. Easy. Easy verdoppelt und gewonnen. Aber warum krieg ich jetzt nichts von der Bank? Ich hab ja 2.000 gekriegt. Ich hab 1.000 gelegt, 2.000 erhöht und dann das Doppelte gekriegt. Äh, jo. Nice. Erstmal auf 2.000 gehen. Jetzt, jetzt, langsam kommt die Sucht. 3 ist gut. Siegert weiß ich nicht. 7? Oh, das ist safe die nächste Runde. Der hat jetzt 8. Heißt, wir verdoppeln auf jeden Fall. 17. Yes. Yes. Und schon, grad 11.000 Gewinn gemacht. Machen wir mal einen guten Minimal-Einsatz. Nein, ich hab's zum Backen gebracht, den Scheiß nicht schon wieder. Ja, 4 zu 0 für GTA, ne? Oh, Mann. Ja, ich kann nicht spielsüchtig werden, weil das Spiel mich nicht lässt. Das ist das Problem. Alter, die Oma. Holy shit. Alter, das war jetzt grad zweimal sauknapp rechts und links. Ich will die Omi nochmal sehen. Ey, was, was die Omi da drückt, ist ja der Shit. Ich will noch einen chilligen SSL. Wenn irgendwann mal Hottricks kommen, geh ich mal von aus. Oder noch ein Update, Server-Update. Dass es läuft. Die wissen ja jetzt, wenn das so viele Leute gleichzeitig spielen, was falsch läuft. Ja, aber ich find's lustig, dass die GPU jetzt noch 58, äh, die sogar hoch ist, gerade ab 58. Ich find's lustig, dass die jetzt hoch ist. Oder noch so hoch ist, wie manchmal stimmt grad SSL. Was, mal 1000 sind dreimal? Achso, dreimal die 7. Achso, ja. Nice shot. Nice shot. Äh. Ja, aber und sie wollen mit Double Damage, nicht genau da krieg ich das jetzt, ach. Ich würd's nicht nach... Nimm mal das Double Damage-Safe mit. Magst denn du? Ich würd's lachen, wenn's trifft, aber ohne DD. Als ob. Als ob. Als ob. Als ob. Als ob. Was. Ein. Ich könnt Ben jetzt killen, ist euch klar, ne? Oh, scheiße, Alter. Der kriegt das verfickte DD im letzten Bouncer. Ich hoffe, ich darf nicht zu stark schießen, ey. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was? 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 Ja, Triple Play war es ohne DD. Das war fast... Wo kommt denn der da her, Alter? Ja, easy going, ne? Also, ich schieß mal lieber ein bisschen weiter. Okay, aus dem Weiterboot. Hö, 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 hö. Geil. So, jetzt habe ich ja eine Möglichkeit. Sieh oder noch? Trifft eh mich? Ich trau mich das jetzt nicht. Na, das wird zu langsam. Das ist langweilig. Zwei. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh! Oh, oh. Alter. Alter. Oh, oh, oh. Oh, oh. Da. Der hätte den ganzen Berg zerfickt. Den ganzen. Alter. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank.